Lululu, die Lululu-Nominierung an, ja dann nehmen wir doch gleich mal den Joko und den Klaas und einen brauchen wir noch, ne? Und den Heino. Den Heino, der wird sich freuen. Sehr gut. Vielen Dank, das war mein Part. So, sehr schön. Danke Melissa, das war ein... Vielen Dank, bis später. Tschüss, war? Und vielen Dank für die Lululu-Nominierung.